Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 1515 Show. Willkommen zur 1515 Sendung. Eine halbe Stunde lang gibt es jetzt Artikel, die normalerweise viel mehr Geld kosten für 15 Euro. Sie dürfen alles bis zu fünfmal bestellen und die Preise gelten genau für zwei Stunden. Carsten, du hast uns tolle Sachen mitgebracht. Ich finde auch. Ich würde mich nicht selber anrufen, aber das gefällt mir. Hast du gut gemacht. Finde ich auch. Wir legen sofort los. Es schlägt 15. Ja, wissen Sie, liebe Zuschauer, das mit dem grünen Daumen ist ja immer so eine Sache. Und das ist vor allen Dingen auch mitunter ein Problem, wenn man gar nicht wirklich zu Hause ist. Und jetzt hat natürlich auch die Urlaubszeit angefangen. Wer bewässert also bei Ihnen zu Hause zuverlässig die Pflanzen? Wer macht das bei dir zu Hause, Diana, wenn du unterwegs bist? Hast du einen Nachbarn oder eine Freundin, die das macht? Ehrlich zu sein, niemand macht das. Deshalb, das ist ein großes Problem bei mir. Zwei Wochen sind auch dann alle Pflanzen vertrocknet, oder? Ich habe eine Arbeit, aber hier meine Mädels vergessen das immer auch. Also auf jeden Fall, ich brauche etwas, was kann ich nutzen, wenn ich weg bin. Da kommen wir zwei sicherlich ins Geschäft, denn ich habe hier ein Viererset, sogenannter gießfreier Bewässerungskugeln. Und dieses Prinzip haben Sie mit Sicherheit schon mal an anderer Stelle gesehen, aber wahrscheinlich noch nicht vier Stück aus Echtglas in diesen wunderschönen verschiedenen Farben. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie jetzt hier quasi diese Kugeln mit Wasser befüllen, ganz normales Leitungswasser, und Sie umgekehrt quasi mit diesem Strohhalm-ähnlichen Stift ganz einfach in die Pflanze reinstecken, so wie wir das hier mal kurz simulieren können. Hier wäre jetzt entsprechend Wasser drin. Und Sie stecken diesen ganz einfach nur hier, zack, in die Pflanze mit hinein. Sieht auch sehr schick aus. Finde ich sehr schön gemacht. Hat aber auch folgenden Vorteil. Jetzt hast du nämlich hier eine entsprechende Bewässerungskugel, die das Wasser, was die Pflanze braucht, genau dort abgibt, wo die Pflanze das braucht, nämlich direkt an der Wurzel. Und Pflanzen sind relativ genügsam, wenn sie zumindest mit vernünftig Wasser versorgt werden. Die nehmen sich immer nur so viel Wasser, wie sie de facto brauchen können. Und genau das passiert jetzt hier auch. Je nachdem, welche Pflanze Sie haben und je nachdem, wie durstig die Pflanze ist, kann das natürlich ein Stück weit variieren. Aber ich sage mal, bei kleinen Topfpflanzen, so wie dieser hier, können Sie mal davon ausgehen, dass hier ohne weiteres für 14 Tage Wasserhaushalt gesorgt ist. Das bedeutet, Sie müssen also jetzt nicht irgendwo einen Nachbarn bitten, den mit Schlüssel in die Hand drücken, der dann morgens und abends bei Ihnen die Blumen gießt oder sowas. Das passiert jetzt hier quasi vollautomatisch. Aber da sollte man natürlich gucken, dass man dann auch irgendwann wieder zu Hause ist. Also, Pflanzen sind teuer, Pflanzen sind schön. Und vor allen Dingen möchten Sie die Pflanzen auch nach Ihrem Urlaub oder nach Ihrer Abwesenheit auch weiter genießen. Dafür brauchen Sie solche Bewässerungskugeln, wenn Sie jetzt nicht unbedingt Nachbarn oder Freunde fragen wollen. Für die ist das häufig auch lästig. Einfach nur reinstecken in die Pflanze. Die Pflanze nimmt sich, was sie braucht. Ja, das Material ist auch so schön. Klasse, oder? Diese Farbigen, das ist ja echtes Glas hier. Ja, komm her. Jawohl. Oh, die halten sogar ein bisschen was aus. Die sind stabil. Nicht schlecht. Damit werden Pflanzen ideal bewässert, weil das hier genau in der richtigen Menge, genau dahin kommt, wo die Pflanzen das Wasser brauchen. Nämlich an der Wurzel. Und Sie bekommen nicht eine, nicht zwei, nicht drei. Sie bekommen vier dieser Kugeln. Heute in der 1515-Sendung für nur 15 Euro mit der Bestellnummer NX3201 und der 569. Die würde ich am besten gleich bestellen. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Gerade jetzt in der Hitze brauchen Pflanzen auch mehr Wasser als normal. Ich sehe das immer. Ich bin ja am Wochenende immer nicht hier. Wenn ich mal ein langes Wochenende habe, komme ich immer gerade noch rechtzeitig, um sie noch zu retten, sage ich mal. Das brauchen Sie nicht mehr mit diesen Kugeln. Können Sie sich drauf verlassen. Das ist die immer ideal. Bewässert wäre ein tolles erstes Produkt. Wir machen sofort weiter. Er schlägt wieder 15. Jetzt haben wir etwas, was für uns Menschen sicherlich genau das Richtige darstellt. Gerade jetzt bei diesen doch deutlich gestiegenen Temperaturen. Ein sogenannter Camping-Ventilator. So wird er offiziell ausgewiesen. Dabei ist er meines Erachtens auch mal hervorragend geeignet. Für zu Hause, mal für die Terrasse, für Schlafzimmer. Wenn man am Computer sitzt, überall dort, wo es mitunter dann schon mal etwas wärmer werden kann. Vorteil für Sie natürlich, Sie können zum einen den Kopf in alle möglichen Richtungen drehen. Er ist klein und kompakt. Und natürlich lässt sich auch hier im oberen Teil der Winkel so einstellen, wie man das haben möchte. Und Sie haben insgesamt drei verschiedene Stufen, die man hier ganz einfach zuschalten kann. Ich mache es mal eben an. Also hier immer mal eine ordentliche frische Brise. Und das Ganze natürlich ganz einfach mal eben zum Hinstellen. Oder aber, wenn Sie das möchten, und da sind wir natürlich auch im Camping-Bereich, ganz einfach mal zum Aufhängen. So ein kleiner Haken ist im oberen Teil mit dran. Das Schöne ist natürlich, das hängen wir gleich auch vorne mal dran. Das Schöne ist natürlich, dass wir hier auch noch mal einen kleinen Zusatz mit verbaut haben. Hier haben Sie nämlich nicht nur eine angenehme, kühle Brise. Hier haben Sie gleichzeitig auch noch, achten Sie mal drauf, zack, eine entsprechende Beleuchtung mit dabei. Ja, was ja beim Camping immer so eine Sache ist, das ist dir vielleicht ein Tick weit zu hell. Dann dimmst du das Ganze entsprechend runter. Zwei verschiedene Helligkeitsstufen hast du hier zur Verfügung. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du in einem Zelturlaub unterwegs bist und du möchtest jetzt ganz gerne bei den Temperaturen abends vielleicht noch mal ein paar Seiten in deinem Buch lesen. Dann gehst du ganz einfach hin, nimmst dir so einen kleinen Haken oder ein Stück Kordel oder was du auch immer gerade zur Verfügung hast und kannst die hier ganz einfach mal dranhängen, den so einrichten, wie du ihn haben möchtest. In einer Geschwindigkeit deiner Wahl, mit einer Lichteinstellung deiner Wahl. Und das Ganze funktioniert, wie Sie es gerade schon sehr schön sehen können, völlig kabellos, weil hier ein Akku verbaut ist, der locker mal hier bis zu fünf Stunden Laufzeit zulässt. Ist cool, oder? Das ist richtig cool. Also gerade jetzt draußen ist kein Spaß, weil man keine Belüftung hat. Wir haben Tagestemperaturen an die 30 Grad in Niedersachsen. In Süddeutschland ist es noch viel schlimmer. Und wenn Sie jetzt campen gehen wollen, dann wissen Sie, wovon ich spreche, wenn man das nicht draußen aushält, weil es zu heiß ist. Dann hat man auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Genau so ist es. Sorgen Sie für Erfrischung. Du rollst dich ganz einfach von rechts nach links. Jetzt hast du nur ein kleines Problem. Jetzt liegst du in deinem Zelt oder unter deiner Pergola und hast entsprechend für Wind gesorgt. Und hast dann also auch, wenn du es brauchst, die passende Beleuchtung. Und genau in dem Moment, wo du zu deinem Handy greifst oder zu deinem E-Book-Reader, ist natürlich dann logischerweise, wie soll es anders sein, der Akku leer. Was machst du dann? Ist da noch eine Powerbank mit drin? Ja, darauf wolle ich hinaus. Das ist alles für 15 Euro. Und das alles für 15 Euro. Wir haben hier noch einen Akku drin verbaut, der natürlich den Ventilator antreibt und für das Licht sorgt. Aber gleichzeitig ist natürlich auch noch ein USB-Anschluss mit dran, dass Sie hier mal ein handelsübliches Handy ein bis zwei Mal mit der vorhandenen Akkuleistung wieder mit Energie versorgen können. Also alles in allem eine 3-in-1-Lösung. Wind, Licht und Reserveenergie für deine USB-Geräte. Perfekt natürlich für den Outdoor-Bereich, aber eben auch mal für zu Hause. Egal, wo du dich da aufhältst, brauchst du eine frische Brise oder ein vernünftiges Licht. All das hast du hier ohne weiteres zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 50 Euro. Sie können den heute bestellen und zwar bis zu fünfmal für nur 15 Euro. Also 3 in 1. Wir haben einen super Ventilator, eine tolle Lampe und tatsächlich noch eine Powerbank drin. Das Ganze mit der Bestellnummer ZX 8028 und der 569. Jetzt für Sie. Ich habe das noch nie gesehen, diesen Artikel bei uns und ich kenne eigentlich fast alle Artikel, dachte ich. Der ist richtig klasse. Ich glaube, den hole ich mir auch. Auch mal so zum Grillen, weißt du. Wenn man da mal ein bisschen Licht braucht, ein bisschen Wind. Es ist ja schon heiß draußen. Aber glauben Sie mir, wenn Sie vor dem Grill stehen, wie ich letztes Wochenende, brauchen Sie jeden Luftzug, den Sie kriegen können. Wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Es schlägt wieder 15. Jetzt haben wir hier was ganz Edles und was sehr, sehr Schickes für Sie, liebe Zuschauer. Ich möchte wetten, dass viele von Ihnen vielleicht gerade so im Deko-Bereich immer mal auf der Suche sind nach solchen außergewöhnlichen Beleuchtungsideen. Zum einen natürlich eine Beleuchtung, die richtig was hermacht, ein bisschen edel aussieht, ein bisschen moderner daherkommt. Zum anderen aber natürlich auch eine Beleuchtung, die entsprechend hier auch mal ohne Kabel funktioniert, damit Sie sie überall dort platzieren können, wo Sie sie entsprechend platzieren möchten. Und genau so eine Beleuchtung haben wir jetzt hier in einer wunderschönen Edelstahloptik mit einer tollen LED-Beleuchtung, die man in unterschiedlichen Dimensionsstufen einstellen kann. Das heißt, von einem etwas dezenteren Leuchten bis hin zu einem richtig hellen Leuchten. Das Schöne ist, dass die ganz einfach, und Diana zeigt sie mal gerade hier, mit Antippen quasi die Leuchtstärke bestimmen können. Ganz einfach nur auf den Deckel bzw. irgendwo ans Gehäuse antippen und schon ändert sich da entsprechend die Beleuchtung. Schön die Tatsache, dass wir hier mit einem Akku zu Werke gehen können. Das heißt, wir sind hier ohne weiteres mit einem Akku von 15.000 mAh in der Lage, 48 Stunden Licht zur Verfügung zu haben. 48 Stunden Dauerbeleuchtung natürlich. Das heißt, morgens, wenn du aufstehst, wirst du in dieser Jahreszeit nicht mehr unbedingt Licht brauchen. Tagsüber natürlich auch nicht. Das heißt, ich behaupte mal, dass dir so eine Beleuchtung ohne weiteres, gerade jetzt im Sommer, in den Abendstunden, mal eine ganze Woche zur Verfügung steht, ohne dass du es wieder aufladen musst. Schön 20 Zentimeter von der Höhe her. Ein schöner Durchmesser vom Lampenkopf. Ein wunderschöner Sockel. Sehr schön geschwungen von der Art und Weise her, von der Machart her. Und das Ganze jetzt eben in dieser topmodernen Variante mit unterschiedlichen Lichteinstellungen ganz einfach durch antippen. Du wirst auf der ganzen Lampe nicht einen einzigen Knopf oder sowas finden. Nur so eine kleine Aussparung hier, um den Akku wieder zu laden. Das entsprechende Ladekabel ist natürlich mit dabei. Aber du hast jetzt hier auch mal eine Beleuchtung. Die kannst du mal auf den Schrank stellen oder mal auf einen Sekretär oder mal irgendwo auf einen Schreibtisch, wo du vielleicht nicht unbedingt eine Steckdose zur Verfügung hast oder wieder mit Verlängerungsschnüren arbeiten müsstest. Durch den Akku hat die wirklich überall Platz. Ja, das finde ich eben auch toll, dass du jetzt eben, man möchte ja Licht irgendwo haben, wo aber nicht immer eine Steckdose ist. Zum Beispiel bei mir auf dem Sofa, zum Beispiel auf dem Tisch, auf irgendeinem Schrank oder jetzt auch draußen, wenn man mal abends gemütlich zusammensitzt. Die Akku-Tischleuchte hat die Bestellnummer ZX6206 und die 569. Wir haben am Mittwoch Karten gespielt bei mir auf der Veranda. Da wurde es dann irgendwann um 10, 11 dunkel. Und da brauchten wir eben genau solche Lampen. Und ich habe auch solche Akkulampen bei mir zu Hause. Nicht so schön wie die, aber auch sehr, sehr wichtig, da eine Akkulampe zu haben. Wir machen weiter. Es schlägt wieder 15. Oh, ja, perfekt für die Jahreszeit. Aber bevor wir über den Artikel sprechen, kurz ein paar Worte zum Preisalarm, liebe Zuschauer. Sie wissen, dass Sie auch in der 1515-Show jeden Artikel gerne bis zu fünfmal pro Besteller ordern dürfen. Es sei denn, wir sagen etwas anderes. Und jetzt sagen wir etwas anderes. Nämlich bei unserem Preisalarm geht es darum, dass Sie bitte nur einmal pro Besteller zugreifen dürfen. Aber ich behaupte, das dürfte auch in den meisten Fällen ausreichen. Denn wir haben ein vierteiliges Set Getränkespender bestehend aus einem Hauptspender. Sie sehen das hier mit 3,5 Liter Fassungsvermögen. Der sieht ja super aus. Der sieht richtig cool aus. Übrigens echtes Glas. Ja, sowohl der entsprechende Spender als auch die Gläser, die wir jetzt hier haben. Und ich bin mal so frei und schenke uns einfach mal einen ein. Und das geht hier denkbar einfach. Übrigens das Befüllen des Spenders schon. Ich muss mal rumkommen, damit Sie sehen können. Ein bisschen schräg stellen. So haben wir es. Weil wir hier natürlich einen großen Einlass haben. Das heißt, du schlabberst nicht so schnell. Und zum anderen hast du hier mal ganz entspannt dieses Zapfhähnchen quasi. Ohrzaft ist. Ohrzaft ist, ganz genau. Wo du deine Getränke einfüllen kannst. Ich finde auch oben den großen Einfüllstutzen großartig. Weil du natürlich hier jetzt auch mal eine Handvoll Eis oder was dazu packen kannst. So wie wir das hier auch gerade gemacht haben. So. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Ich glaube nämlich, dass jeder diese lästigen Insekten kennt. Die zwar nützlich sind, die man aber nicht unbedingt haben möchte im Sommer in den Getränken. Das kann mit durch und mit unter auch gefährlich werden. Deswegen haben wir diese Retro-Gläser. Die so ein bisschen aussehen wie so ein Einmachglas. Mit Henkel natürlich dran. Auch das bitte Echtglas. Mit dem Deckel versehen und diesem Kunststoffstrohhalm, den man auch jederzeit wieder reinigen kann, wiederverwenden kann. Und davon gibt es jetzt drei Stück im Set. Ladies first. Ja, klar. Was kannst du trinken? Einmal hier. Und ich finde das einfach klasse hier. Wenn du draußen sitzt, möchtest du ja auch nicht alle fünf Minuten reinrennen zum Kühlschrank oder sowas, um die Getränke rauszuholen. Jetzt stellst du dir ganz einfach mal so ein dreieinhalb Liter Kanister mal daneben. Der sieht richtig klasse aus. Der passt auch mal auf einer Party, auf einer Grillparty oder sowas. Und jetzt zapfst du ganz einfach deine Getränke, so wie du sie haben möchtest. Und du bist auch noch vor entsprechenden Insekten, im schlimmsten Fall Bienen im Glas geschützt. Danke, Carsten. Der Strohhalm kann ja auch gar nicht rausfallen. Der kann nicht da rausrutschen. Der hat eine Sperre drin. Und wie gesagt, wenn du fertig bist, passt das alles übrigens. Auch die Deckel, auch das komplette Glas hier, auch der entsprechende Spender jetzt hier, komplett mal in die Spülmaschine rein. Auch da hast du überhaupt keinen Aufwand. Finde ich eine richtig coole Geschichte. Und ich behaupte mal, für 15 Euro auch vielleicht mal eine schöne Geschenkidee, wenn man im Sommer mal irgendwo eingeladen ist zum Grillen. Zum Grillen, ja. Dann hat man mal ein bisschen was in der Hand. Ich glaube, 15 Euro ist da so eine Summe, die man vielleicht auch gerne mal investiert. Und ich glaube, das kann doch wirklich jeder gebrauchen hier. Sehr zum Wohl übrigens. Genau, genau jetzt können wir das nämlich gebrauchen. Wir gucken mal kurz auf Pearl.de, was sie da heute sparen. Das ist nämlich unglaublich. 34 Euro normalerweise, also 33,99. Sie sparen tatsächlich 19 Euro heute bei uns in der 15-15-Sendung. Bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Der Preis gilt nur zwei Stunden. Oder bis das Kontingent alle ist, was bei dem hier mit Sicherheit schneller der Fall sein wird. Viele wissen das nicht. Bei uns im Studio ist es im Sommer auch sehr warm. Es könnte also zu keinem besseren Moment kommen, oder? Jetzt mal so ein Schluck kalte Getränke. Das ist schon was Weineses. Den behalten wir hier am Tisch erstmal, ne? Können Sie übrigens auch befüllen beispielsweise mal mit Wasser. Gurkenwasser ist ein schwer angesagtes Trendgetränk aktuell. Vielleicht ein bisschen Minze rein, ein bisschen Zitrone rein. Ein bisschen Wasser mit Flavor sozusagen. Und dadurch, dass du eben einen großen Einlass hast, ein großes Öffnungsventil, hast du eben hier auch mal die Chance, mal ein bisschen was reinzupacken. Beispielsweise mal zwei, drei Handvoll Eis oder sowas. Dann bleiben die Getränke natürlich auch länger kühl. Also ein sehr schöner Artikel, finde ich. Ich habe die Gläser übrigens auch zu Hause. Ja, was Ihnen noch fehlt, ist die Bestellnummer. Und jetzt werden unsere Telefone gleich heiß laufen. Die Bestellnummer ist die NC 9581 und die 569. Sie sehen es, die Gläser wurden nicht abgeräumt. Da haben wir uns gewehrt dagegen gerade. Ja, ich habe es festgehalten. Wir waren aber weiter schon mit dem nächsten Artikel. Es schlägt wieder 15. So, jetzt werden wir von euch keine Möwe nachmachen. Ich glaube, Diana. Diana, kannst du eine Möwe machen? Die macht eine Möwe. Nein. Nein, ne? Ich habe gerade so ein typisches Küsten-Sound-Erlebnis im Hinterkopf. Im Hinterkopf. Denn wir haben jetzt hier einen Leuchtturm für Sie, liebe Zuschauer. Und der ist spitzenklasse. Denn dieser hier gibt zum einen eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die so ein bisschen ins Maritime hineingeht. Ich muss es mal festhalten, damit Sie es mal sehen können. Und im oberen Teil haben wir natürlich auch noch eine entsprechende Beleuchtung mit dabei. Wie ein echter Leuchtturm leuchtet ihr dir quasi so den Weg oder sagt ihr ganz kleine Begrenzung. Und wie das bei einem echten Leuchtturm auch der Fall ist, oben dieses Leuchtmittel dreht sich natürlich. Wie wir das hier mal sehr schön sehen können. Was rede ich die ganze Zeit? Ich bin Rheinländer. Ich denke schon, Carsten, wo kennst du dich denn mit? Habt ihr Leuchtturme im Rheinland? Ne, nicht wirklich. Also der Rhein hat keine Leuchttürme. Das sieht bei euch in Bremen, in Bremerhaven oder so, oder in der Küste ganz anders aus. Ja, das ist so ein Stück Heimat natürlich. Wir haben ganz viele Leuchttürme bei uns natürlich an der Küste. Und das ist ein richtig schönes Deko-Objekt. Das ist sehr, sehr liebevoll und detailgetreu gemacht hier. Krüge macht hier, ne? Mit diesen Fenstern und dem Mauerwerk. Und das Coole ist halt hier auch noch, dass sich da oben tatsächlich der Scheinwerfer dreht. Warst du schon mal auf dem Leuchtturm, Diana? Also ich habe das gesehen in der Nähe, aber so hoch, ich habe nicht gegangen. Also es ist ganz, ganz interessant. Wenn Sie mal irgendwo an der Küste sind, das sind ja im Prinzip kleine Zimmer hier übereinander. Vier, fünf, sechs Stück. Es lohnt sich sowas mal richtig anzugucken. Das haben wir hier wetterfest natürlich für Sie, für Ihren Gaben. Und für draußen auch, ne? Ja, ganz genau. Also im wettergeschützten Bereich, sagt man. Bitte nicht direkt in den Regen stellen, aber so ein bisschen Spritzwasser kann der ab. Oder ins Kinderzimmer. Es gibt viele, die nicht einschlafen können, wenn kein Licht ist. Und wenn man da so einen schönen Leuchtturm hat, gibt es auch nichts Herrlicheres. Ich finde das eine richtig coole Geschichte. Ich war ja jetzt auch vor kurzem an der Küste, an der Ostsee. Ja, genau, in Grömitz. Und du weißt, ich bin ja so ein Fan von solchen Krimskrams-Läden. Ja. Und da findest du ja alles. Also du findest ja Möwen in allen möglichen Varianten, Seesternen und alles, was irgendwie so mit maritimer Deko zusammenhängt. Auch Leuchttürme, muss ich zugeben, aber die, die ich da gesehen habe, konnten alle nicht wirklich leuchten. Also eine reine Deko, der hier hat natürlich auch noch einen entsprechenden Zweck und muss auch nicht mit Energie versorgt werden. Das sorgt, und dafür sorgt das Solarpanel im oberen Teil oben auf dem Dach des Leuchtturms. Das ist eine tolle Atmosphäre, finde ich, mit einem sehr, sehr schönen Leuchtturm zu Hause. Also der Deko-Leuchtturm hat die Bestellnummer NX 1522 und die 569. Holen Sie sich maritimes Feeling nach Hause. Ist einfach wunderschön. Wir machen weiter mit dem nächsten Artikel, das was für ein Garten ist, schlägt wieder 15. Ich glaube, jeder, der einen Garten hat oder grundsätzlich mal so einen Blick für die Natur hat, der wird wissen, ich lasse ihn dir mal die an, in deiner Hand sieht er auch schön aus, der wird wissen, wie schön das ist, ganz einfach mal Vögel zu beobachten mit einer Vogeltränke oder vielleicht mit einer Möglichkeit, dass man mal so ein bisschen Vogelfutter oder sowas ausstreut. Da ist immer richtig ordentlich was los. Ich bin einige Male schon beim Ralf gewesen und der hat auch so ein Vogelhäuschen da. Ich habe genau das Gleiche. Gerade so in den Morgenstunden, wenn so der Tag erwacht und die Vögel dann so auf Futtersuche sind, ist das ein absolutes Spektakel. Jetzt haben wir hier eine Vogeltränke, eine dekorative Vogeltränke, bitte aus einem perfekten Material, einem witterungsbeständigen und winterfesten Material, nämlich aus Gusseisen. Und Sie sehen das hier, der Vogel auf der einen Seite und die entsprechende Tränke oder die entsprechende Futterstelle auf der anderen Seite. Sie haben verschiedenste Teile, Sie können das gute Stück also unterschiedlich hoch gestalten. In der maximalen Höhe wären das über 1,10 Meter, also 1,12 Meter in der Gesamthöhe. Ich finde das ganz, ganz toll und liebevoll gemacht. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Holzteil, das ist liebevoll angemalt, das ist wunderschön dekoriert und in einem absolut wetterfesten Material. Übrigens auch vogelfest, also wenn man das zwischendurch mal reinigen möchte, geht man eben mit dem Lappen drüber und dann sieht es wieder schön aus. Du, ihr habt die vor zwei Wochen mal gehabt und Ralf sagte mir, das ist genau das, was du brauchst und er hat absolut recht. Wir haben nämlich auch eine Vogeltränke, die ist bei uns auf dem Rasen, steht die. Wunderschön wird auch benutzt, die wird aber nicht nur von Vögeln benutzt, sondern von allen möglichen Tieren, bis zu den Nachbarskatzen. Ja. Und da ist schon mal sehr Gefahr zwischen Katzen und Vögeln. Der möchtest du als Vogel auch nicht begegnen. Das hier hängt ein bisschen höher und wir hatten uns eine bestellte, die kann man so hinhängen. Ja. Die wackelt immer im Wind, dadurch verliert es schon mal Wasser und dann ist die nie ganz gerade. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Der steckt einfach fest in der Erde. Ja, genau. Wir haben den Sicherheitsabstand zu anderen Tieren, sehr, sehr wichtig und da passt auch ordentlich was rein. Sehr, sehr stabil. Ich werde mir die nach der Sendung direkt bestellen. Ich werde nächstes Mal, ich bringe mal Bilder mit, wenn wir die dann installiert haben. Also ich habe darauf gewartet, dass wir die mal wieder in irgendeiner coolen Sendung haben hier. Das ist jetzt Ihre Gelegenheit. Wichtig ist auch, dass da ordentlich Wasser reinpasst. Dass man nicht jeden Tag da, wenn da nur ein Zentimeter Wasser hoch reinpasst, dass man nicht jeden Tag alle paar Stunden da Wasser nachfüllen muss. Die ist richtig klasse. Ich sehe die heute zum ersten Mal. Ich bin absolut begeistert. Ich finde das schön, auch mal Vögel zu beobachten. Als Tränke schon klasse, ja, als Getränkespender quasi für Vögel. Für Vögel aber natürlich auch mal dann ganz interessant, wenn Sie mal Vögel beobachten wollen. Wenn Sie ein Vogel unbeobachtet fühlt, macht er genau das Gleiche wie für Menschen in einem Whirlpool beispielsweise auf. Hängt dann auch mit dem Gefieder zu flattern und so weiter. Das ist ein richtiges Spektakel. Wenn Sie das schon mal gesehen haben, wissen Sie, was ich meine. Und wenn Sie sowas ganz einfach mal im Garten oder im Vorgarten genießen möchten, geht übrigens auch auf der Terrasse. Ganz einfach mal hier zack in so ein Blumenbeet oder sowas oder in so einen Blumenkasten reinpacken. Wie gesagt, Sie können die Höhe variieren, wenn Sie das möchten. Ist das vielleicht auch was für die Etagenbewohner sehr, 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 sehr Interessantes. Ich finde es einfach nur wunderschön, weil die Materialqualität passt. Preisleistung ist sensationell. Gusseisen für 15 Euro. Aber auch ganz einfach mal im Garten platziert. Also bis eine Katze mal über einen Meter hoch springt, hat der Vogel noch die Möglichkeit zu flüchten. Ja, ganz genau. Die Bestellung ist die ZX82-16 und die 569. Eine wunderschöne Vogeltränke mit ordentlich Platz drin, die richtig stabil ist. Holen Sie sich nicht so eine Hängende, wie ich das gemacht habe. Die wackelt und verliert ständig Wasser hier. Das ist perfekt. Da können Sie übrigens auch für Vogelfutter natürlich benutzen. Egal, es macht richtig Spaß, den kleinen gefiederten Freunden bei Ihrem Leben zuzuschauen. Sie freuen sich ja wirklich über das Wasser. Wie du gesagt hast, die wackeln da mit den Fwegen. Sieht toll aus. Sieht richtig klasse aus. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Die halbe Stunde ist noch nicht rum. Es schlägt noch mal 15. Mich deuscht das Burgfräulein, schreitet herein. Diana, Diana, lass dein Haar herunter. Ach, ist das putzig. Ist das cool gemacht, oder? Das ist natürlich ganz klar, ist aber eigentlich gedacht für Kinder. Ich habe das noch nie gesehen. Was so ein Zelt im Ritterburg-Look für eine Anziehungskraft auf Erwachsene haben kann. Also ich habe als Kind es geliebt, mit Rittern und Burgen zu spielen. Ja, natürlich. Jedes Kind baut sich gerne mal eine Bude. Oder hat ganz gerne mal eine Bude. Ich habe mir damals welche unter dem Schreibtisch gebaut mit Kissen und Decken und alles Mögliche. Also so etwas Cooles gab es zu meiner Zeit so in dieser Form noch nicht. Und das Burgfräulein ist hier direkt schon eingezogen. Heute war es ein Hausbesetzer. Früher war es die eigene Burg. Aber hier gibt es noch Fenster. Mit Fenster. Mit Fenster hinten sogar. Und sogar mit Fliegengitter das Fenster. Ja, muss ja schon ein bisschen Luft rein. Nein, ich zeige jetzt. Diana, wie machst du das? Das ist eine Zauberburg. Guck mal, hier sehen Sie mich. Der Hammer. Gibt es irgendein Kind, was nicht auf Ritter und so weiter steht? So ein bisschen Mittelalter-Style. Du willst doch ganz einfach eine Burg bauen. Du, viele Erwachsene, es gibt ja diese Renaissance-Messen, wo die Leute mit... Also hier hat man natürlich mal ein richtig cooles Zelt, was übrigens hier auch schon sehr schön zusammengepackt kommt. Was Sie also auch mitnehmen können. Auch mal zur Oma, zur Opa. Mal auf den Spielplatz oder sonst irgendwo hin. Guck mal, Kass, du wirst komplett verdeckt von der Burg hier. Komplett hier, oder? Ich bin immer noch hier. Die ist richtig schön groß. Ja, hier bin ich. Die ist klasse jetzt hier. Da passen auch mal zwei Kinder beispielsweise rein, vielleicht noch ein, zwei Kissen auf dem Boden. Zack. Und dann ist dann erstmal Ruhe. Dann ist hier also auch mal so ein bisschen die Fantasie beflügelt. Ist natürlich auch gleichzeitig mal ein sehr schöner Sonnenschutz, wenn du möchtest. Ja, die Eltern, die jetzt mit den Kindern beispielsweise mal an die See oder ans Meer oder sowas fahren, die haben natürlich jetzt hier mal eine Möglichkeit, die Kinder mal ein bisschen vor der Sonne geschützt spielen zu lassen. Ich habe die noch nie gesehen. Ich bin sowas von begeistert. Ich bin die richtig cool. Mensch, als Kind, ich hätte mir sowas von ein Loch im Bauch gefreut, wenn ich das bekommen hätte. Kleine Kinder können da drin übernachten als Zelt. Also ich finde das Wahnsinn. Auch oben mit der Fahne. Alles gedacht dran hier. Natürlich auch für das Kinderzimmer hier unser Kinderspielzelt Ritterburg. So ist der offizielle Titel. Hat die Bestellnummer NX 63, 86 und die 569. Und die kostet nur 15 Euro. Wahnsinn. Sie dürfen die auch bis zu fünfmal bestellen. Wenn Sie mehrere Kinder haben, bitte, bitte kaufen Sie jedem seine eigene Burg. Was glauben Sie, was das für ein Spaß wird? Da gibt es noch Kissen-Schlachten, Wasserpistolen-Schlachten. Das ist großartig. Mein Bruder und ich hätten einen riesen Spaß gehabt. Das war mein Highlight, glaube ich. Habe ich noch nie gesehen. Ja, fand ich auch richtig cool. Aber jetzt sind wir am Ende. Wir haben nur noch ein Produkt, aber damit müssen Sie auch sehr schnell sein und gut aufpassen. Es schlägt wieder 15. Juhu, gefällig. Ein Elektromesser haben wir jetzt hier. Und ich weiß, dass Elektromesser, glaube ich, schon seit 30 oder 40 Jahren aus keinem Haushalt wegzudenken sind. Ich bin damit groß geworden. Ich weiß, dass meine Mutter und auch mein Vater zwischendurch immer gelegentlich mal entweder Brot geschnitten haben oder auch gerne mal einen Braten klein gemacht haben. All solche Geschichten kannst du natürlich super damit machen. Na, so, zack, die Messer rein. Und das Schöne ist, Sie haben natürlich jetzt hier zwei verschiedene Messerarten. Sie haben einmal einen etwas feineren Grat hier in den Messern. Sie kriegen aber noch einen zweiten Satz mit dazu, der noch mal etwas gröber ist. Ganz genau. Du kannst damit Brot schneiden, du kannst damit Braten aufschneiden. Sie können damit auch mal was Gefrorenes beispielsweise trennen, was ja häufig ein Problem ist. Und ich weiß, Ingo, du hast dieses elektrische Messer auch schon mal benutzt bei einem ganzen Hähnchen. Das hat gut funktioniert, sehe ich hier gerade. Ich glaube, wir haben uns das geteilt, ne? Aber das ganze Hähnchen war billiger als zwei einzelne Hähnchen. Ja, das ist eine coole Angelegenheit. Ja, die auch aufs Geld, ne? Alles, was man macht, ist natürlich Edelstahlklingen. Das heißt, die Qualität passt ganz einfach. Und Sie haben genau zwei Knöpfe, macht es entsprechend einfach. Der eine hier, um das Ganze auszulösen. Und dann ribbeln die quasi so parallel zueinander. Und wenn Sie die Messer wieder lösen möchten, weil Sie die reinigen wollen, dann machen Sie ganz einfach zack. Ja, wie bei einem Mixer oder bei einem, bei einem, bei einem, bei einem, ja, weiß ich, dieses Stabmixer oder was auch. Guck mal. Ganz einfach hier. Siehst du? Ja, das wusste ich doch, das waren wir beiden, ne? Ja. Ich erinnere mich, aber so ein halbes Hähnchen kannst du mich ja immer mit locken. War das gescheit? Du, das ging wie Butter. Ja. Das ging wirklich wie Butter. Das ist auch mal bei einem Braten beispielsweise. Wenn Sie jetzt einen ganzen Braten machen, beispielsweise auch mal am Grill. Ente ist auch mal so ein Thema. Ja, dann kannst du da natürlich mal ganz anders, wenn Sie da jetzt mit einem ganz normalen Messer oder was da rum tranchieren und machen und tun. Da geht also schon mal häufig was daneben. So ein Elektromesser ist ordentlich kraftvoll und bietet Ihnen die Möglichkeit, mal sauber. Und präzise zu schneiden. Das Ganze ganz einfach nur mit der Steckdose verbinden. Und dann kann es entsprechend losgehen. Und nochmal, die Messer sind aus Edelstahl in zwei verschiedenen Körnungen. Einmal etwas feiner, einer etwas gröber. Und damit gelingt natürlich auch mal das Aufschneiden von solchen Geschichten, von Geflügel, von Braten. Aber wie gesagt, ich finde es auch großartig, wenn du jetzt beispielsweise mal so ein halbes Kilo Fleisch oder was im Großmarkt geholt hast und frierst das ein. Du möchtest es aber nicht zerteilen im Vorfeld. Ja, dann kannst du natürlich da eben auch mal bei gefrorenen Sachen deine Stücken rausschneiden. Bei Kuchen wird das auch gerne gemacht. Ich weiß, meine Mutter legt immer sehr großen Wert auf gerade geschnittene Stücke Kuchen. Ja, was ja mit einem normalen Messer, gerade wenn sie tiefgefroren sind. Hier Knüppelhart und Wiese. Ja, so diese Geschichte. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Dann kann man natürlich auch mal so ein elektrisches Messer benutzen. Ja, gerade auch wenn du so eine Cremekuchen hast oder sowas, der drückt sich ja dann auch immer ein, wenn du ein Messer ranierst. Hier kannst du ganz einfach mit einem elektrischen Messer, was mit den ganzen Klingen kommt, für nur 15 Euro machen. Also, tun sich einen Gefallen gehört, meine ich auch in jedem Haushalt hier. Das Elektromesser hat die Bestellnummer NX9202 und die 569. Das war unser letzter Artikel in der 1515 Sendung. Die gibt es jeden Tag um 15 Uhr für Sie. Die Preise gelten zwei Stunden oder bis unser Kontingent alle ist. Ich vermute als erstes, die Ritterburg wird ausverkauft. Könnte ich mir auch vorstellen. Ein Riesenartikel. Also, ran ans Telefon und dann viel Spaß mit den Produkten.